Dass man aus dem Weg kommt, damit man weitergehen kann. Genau, richtig. Und oben auch. 10.500 Punkte, vorne sind Alex ein. Piratenschatz zu finden und sich ein neues Schloss zu bauen. Doch dazu müsst ihr ihn erst durch viele Welten steuern. Dabei könnt ihr euch in drei verschiedene Figuren verwandeln. Dragon Vario, Bull Vario und Jet Vario. Dutzende Gegner stellen sich euch in den Weg, aber ihr habt die Chance, sie zu besiegen. Erstmals spielt man nicht Mario den Guten, sondern Vario den Bösen. Die verzweifelte Bevölkerung wendet sich an die Elite-Truppe Bajenne Commando, um Super Joe wieder zu befreien. Red Spencer, der Kopf der Gruppe, bekommen jeweils zwei Sterne. Durch das ungastliche Land und Red nicht gewinnen und mittels unterschiedlicher Fähigkeiten der kleinen Tierchen Nachdem die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020